Der VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen trennen sich 1 zu 2, die Leverkusener somit wieder Tabellenführer und dieser Höhenflug geht einfach weiter. Ich muss allerdings dazu sagen, dass Leverkusen sogar mit heute die schlechteste Saisonleistung bisher gezeigt hat. Es war nicht schlecht trotzdem, aber nicht so erwachsen wie in den Spielen zuvor. Trotzdem ist man in Führung gegangen durch Frimpong, es war eine super Vorlage von Boniface. Der Ball, denke ich, konnte man den halten, der Torwart hat ihn gegriffen, das war allerdings schon hinter der Linie. Ob Castells hingesprungen wäre, ich glaube, das wäre die kreativere Lösung und die bessere gewesen, den Ball mit einer Hand einfach rauszufischen, weil schlimmer als ein Gegentor kann es ja nicht werden. 0 zu 1 für Leverkusen. Es waren allerdings die Wolfsburger, die wirklich eine starke Leistung gezeigt haben und durch Lacroix kurz vor der Pause in der 41. ausgleichen. Ein Kuddelmuddel im Strafraum der Leverkusener und Lacroix kriegt das Ding vor die Füße und macht das Ding eiskalt rein. 1 zu 1 der Pausenstand in der zweiten Halbzeit, würde ich sagen, hat es sich nicht unbedingt so angedeutet. Allerdings war es Grimaldo, der in der 62. irgendwie kam der Ball zu ihm, dann zieht der Ball auch noch abgefälscht. Der Torwart war chancenlos. 1 zu 2 Spiel gedreht. Wolfsburg hatte noch ein paar Gelegenheiten, allerdings hätte Leverkusen das Spiel auch vorentscheiden können. Allerdings waren manche Spieler da vielleicht zu eigensinnig bzw. standen im Abseits. Trotzdem insgesamt würde ich sagen, geht der Sieg in Ordnung. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns im nächsten Video und ciao.